Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Mitgastgeber, das ist das Deutsch-Aserbaidschanische Forum, freue ich mich natürlich auch, dass Sie heute so zahlreich zu dieser Veranstaltung erschienen sind. Ich freue mich natürlich als Vorsitzender des Forums auch deshalb, weil es zu den wesentlichen Aufgaben unserer Einrichtung gehört, dass wir eine Plattform schaffen, eine Plattform der Begegnungen, wo wir miteinander reden, wo wir uns auch besser kennenlernen. Und ich glaube, das ist nicht zuletzt im Verhältnis zwischen Deutschland und Aserbaidschan von besonderer Bedeutung. Es ist für mich manchmal nicht recht nachvollziehbar, um es einmal so zu formulieren, in welcher Weise diese Republik Aserbaidschan in manchen deutschen Medien behandelt wird. Bei aller Kritik im Einzelnen muss man fairerweise sagen, dass sich dieses Land in einem Übergangsstatus befindet und was für mich von ausschlaggebender Bedeutung ist, dass ich glaube, dass der Weg, den man eingeschlagen hat, der richtige ist und durchaus auch unseren Vorstellungen entsprechen wird. Der südliche Kaukasus schien und scheint immer noch bei vielen eine Region zu sein, die weit von uns entfernt ist. Und vielleicht haben erst die Ereignisse der letzten Wochen und Monate deutlich gemacht, dass diese Region nicht so weit von uns entfernt ist, zumal in einer zusammenwachsenden Welt. Und dass wir sehr wohl gut daran tun, uns in einem sehr viel stärkeren Umfang mit Aserbaidschan und dem südlichen Kaukasus zu beschäftigen. Und wenn es darum geht, mehr Stabilität und Sicherheit in die Region zu bringen, dann bedeutet das nicht nur große Politik in den Gesprächen mit Russland, sondern dann bedeutet das eben auch den Dialog und den wirtschaftlichen und politischen Austausch mit einem Land wie Aserbaidschan. Und dieses Land, das sich entschlossen hat, unter seiner Regierung sich dem Westen und das heißt Europa stärker anzunähern, sollten wir auch die Chance geben, das zu tun und sollten die Bereitschaft mitbringen, uns mit den damit verbundenen Fragen auch intensiv zu beschäftigen. Dieses Land muss und wird alleine darüber entscheiden, welchen Weg es in der Zukunft gehen will. Und wenn dieser Weg auch ein Engagement in Europa mit einbezieht, dann sollten wir das unterstützen aus politischen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen. Es ist viel darüber geredet worden, über gewisse Abhängigkeiten, die wir von bestimmten Rohstoffquellen haben. Das ist sicherlich nicht der alleinige Grund, aber es ist für mich, für uns auch ein wichtiger Grund, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir ein Land wie Aserbaidschan, das bereit ist, für Europa auch neue, große Investitionen anzugehen, dass wir das auch auf wirtschaftlichem Gebiet durchaus honorieren, in unserem ureigenen Interesse. Wenn wir also über Sicherheit und Stabilität im südlichen Kaukasus sprechen, dann bedeutet das, dass wir uns ganz besonders aus meiner Sicht mit Aserbaidschan beschäftigen müssen. Und wenn wir über ein neues Konzept, was es hoffentlich irgendwann in nicht allzu ferner Zeit geben wird, der östlichen Partnerschaft reden, dann wird Aserbaidschan eine Rolle spielen und möglicherweise, das ist jedenfalls meine Hoffnung, wird es im Rahmen eines solchen Konzeptes dann gelingen, Fragen wie die von Bergkarabach und anderen auf eine friedliche, dem Selbstbestimmungsrecht der Völkerrechnung tragenden Art und Weise zu lösen. Ich möchte Ihnen danken, nicht nur, dass Sie mich eingeladen haben, sondern vor allem deshalb, weil das Deutsch-Aserbaidschanisches Forum seit vielen Jahren ein einzigartiges und effizientes Netzwerk gegründet, gepflegt hat, das zwischen Deutschland und Aserbaidschan Früchte trägt. Und ich denke, gerade jetzt, in diesem Jahr 2015, zeigt sich, wie notwendig ein solches Netzwerk der Verständigung und der persönlichen Kontakte ist. Aserbaidschan und Deutschland haben vielseitige gemeinsame Interessen. Nicht nur im Hinblick auf die wirtschaftliche, die energiepolitische Belange, sondern Sie haben auch gemeinsame Interesse, und Herr Botschafter und lieber Herr Schleyer, Sie haben es angesprochen, im Hinblick auf die Förderung von Sicherheit, Stabilität und Frieden im Südkaukasus und darüber hinaus. Das hat der Deutsche Bundestag, und das gestatten Sie mir zu sagen, auch schon in einer Resolution, die schon einige Jahre zurückliegt, aber nichts an ihrer Bedeutung verloren hat, nämlich aus dem Mai 2009 bestätigt und dabei die territoriale Integrität der südkaukasischen Staaten hervorgehoben. Die bilateralen Verbindungen und Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern sind partnerschaftlich gut. Und ich darf an der Stelle auch erinnern, dass Aserbaidschan nach Erlangung seiner Unabhängigkeit die erste Botschaft im Jahre 1992 in Deutschland errichtet hat. Das ist ein Zeichen einer besonderes engen und freundschaftlichen Partnerschaft. Und der Berlin-Besuch und Herr Botschafter, diese zweite Begegnung bei der Münchner Sicherheitskonferenz, die Sie erwähnt haben, zwischen der Bundeskanzlerin und dem Staatspräsidenten Aliyev, unterstreicht diese engen Kontakte. Ich glaube, dass das Potenzial der Zusammenarbeit bei Weitem noch nicht an eine Grenze gestoßen ist, sondern noch viele große Möglichkeiten bietet. Drei Viertel des deutschen Handels mit dem Südkaukasus entfallen auf Aserbaidschan. Und wenn wir auf die geopolitische Situation sehen, dann macht uns in der Tat einiges besorgt und erfordert eine noch intensivere Zusammenarbeit. Ich darf aber auch ansprechen, vor allem auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Aserbaidschan ist ein rohstoffreiches Land, hat eine herausragende geopolitische Bedeutung und ist für die Energiesicherheit Deutschlands von ganz herausragender Bedeutung. Deutschland importiert zurzeit Rohöl mit einem Wert von mehr als zwei Milliarden Euro aus Aserbaidschan, was Aserbaidschan zum sechstwichtigsten Rohöl-Lieferanten Deutschlands macht. Ende September 2013 haben mehrere europäische Energieunternehmen, darunter auch die Deutsche E.ON, langfristige Abnahmeverträge für Gaslieferungen unterzeichnet. Und die Erschließung des Kaspischen Raums durch den südlichen Korridor kann da nur als ein Beitrag zur Sicherung der Energieversorgung für Gesamteuropa begrüßt werden. Wichtig ist bei dieser weiteren Zusammenarbeit, und das lassen Sie mir auch noch sagen, dass Rechtssicherheit und Rechtsstaatlichkeit eine wesentliche Voraussetzung für die intensive Zusammenarbeit darstellen. Und für uns, für Deutschland, sind die Menschenrechte eine ganz entscheidende Grundlage. Wir freuen uns, dass Aserbaidschan sich ausdrücklich nach Westen hin orientiert und damit auch mit der europäischen Werteorientierung einen klaren Standpunkt eingenommen hat. Ich denke also, dass es in einem schwierigeren internationalen Umfeld umso wichtiger ist, dieses Netzwerk des Forums enger zu knüpfen, die Zusammenarbeit zu intensivieren und damit gemeinsam einen Beitrag für den Frieden und für die wirtschaftliche Entwicklung zu leisten. Das wollen wir tun. Ich danke Ihnen. Das Megaprojekt TAP kostet 55 Milliarden Dollar. Zwölf Firmen, darunter auch deutsche Unternehmen, beteiligen sich daran und kaufen das Gas. Die transadriatische Pipeline führt durch sieben Länder und verläuft unter tausenden Flüssen. Enorm wichtig ist es, dass der Bau in Abstimmung realisiert wird, also mit allen drei Pipelines, der südkaukasischen Pipeline, der transanatolischen Pipeline und der transadriatischen Pipeline mit der Fertigstellung von Ölplattformen. Ich darf Ihnen mitteilen, dass alle Zeitpläne eingehalten wurden. Wir sind absolut sicher, dass mithilfe der Unterstützung deutscher Abgeordneter alles pünktlich realisiert werden kann. Warum benötigen wir die Unterstützung des Deutschen Bundestages und der deutschen Nation? Es ist kein Zufall, dass ich genau heute hier bin, im Rahmen des Symposiums zur Tragödie von Schottchalli. Vor wenigen Wochen verglich der Außenminister von Bosnien-Herzegowina in München die Tragödie von Schottchalli mit der von Srebrenica, die Zahl der Menschen, die in beiden Städten davon betroffen waren, miteinander zu vergleichen, ist äußerst schwierig. Denn schon das Leid einer Person ist eine Tragödie. Doch im Gegensatz zu Bosnien-Herzegowina, das die Unstimmigkeiten mit ihren serbischen Nachbarn weitgehend gelöst haben, ist das Massaker von Schottchalli in einem Land geschehen, das sich immer noch im Kriegszustand befindet. Armenien und Aserbaidschan verfügen nicht über ein Friedensabkommen. Wir müssen die Bemühungen aller Nationen bündeln, um die territoriale Integrität Aserbaidschans wiederherzustellen, wie es in der Sicherheitsresolution bestimmt wurde. Diese schreibt den sofortigen und bedingungslosen Abzug der armenischen Truppen vor. Die Sicherheit Aserbaidschans, das durch die Pipeline nicht nur Ressourcen miteinander verbindet, sondern auch die Länder östlich des Kaspischen Meeres, ist gleichbedeutend mit der Energiesicherheit Europas. Je eher wir in der Lage sind, die Angelegenheit mit Armenien zu lösen, desto sicherer wird auch der Gastransport. Ich möchte betonen, dass Aserbaidschan und unser Unternehmen Sokka ein verlässlicher Gaslieferant für Europa wird. Ich hoffe, dass wir uns in einigen Jahren hier an diesem Ort wieder treffen und die erste Gaslieferung in die Europäische Union feiern. Ein sehr positiver Event für den ersten Gas zu der Europäischen Union. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.